Leute, die Bitcoin-Preisentwicklung hat tatsächlich gestern gezeigt, dass Bitcoin immer noch auf dem richtigen Weg ist, bald das Breakout über die 10.030 bis 10.500 Dollar zu schaffen. Das würde natürlich dazu führen, dass Bitcoin ein neues lokales Hoch etabliert, wir tatsächlich endlich in einer bestätigten bullischen Marktstruktur werden und wir alle langfristigen Widerstände hinter uns lassen würden. Was jetzt noch passieren muss, damit das auch tatsächlich eintritt und was für Widerstände momentan noch über uns liegen, darauf kommen wir tatsächlich heute im Video zu sprechen. Des Weiteren will ich mir mit euch diesen Chart etwas genauer anschauen, denn da sehen wir ganz klar, wie die Whales, das heißt die Bitcoin-Whales, die Leute, die wirklich tausende Bitcoins wirklich haben pro Person, wie die sich momentan verhalten und da sehen wir momentan tatsächlich auch einen sehr interessanten statistischen Zuwachs, auf den ich heute auch zu sprechen kommen werde, einfach aus dem Grund, weil wir da in der Vergangenheit tatsächlich auch immer gesehen haben, dass natürlich die Whales dem Markt voraus waren, die haben immer im Vorhinein gekauft, bevor der Markt angestiegen ist, sie haben immer verkauft, sobald dann der Bullenmarkt vorbei war und wir in eine Bärenmarktphase gegangen sind, ganz klare Sache, die Whales manipulieren den Markt natürlich auch zum Teil und aus diesem Grund ist es sehr interessant, dass wir hier in diesem Chart erkennen können, was die Whales momentan so machen. Des Weiteren machen wir natürlich wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin-Giveaway, falls ihr diese 50 Dollar hier bei diesem Video in Bitcoin gewinnen wollt, müsst ihr nur eine Sache machen und zwar mir einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse, dann könnt ihr auch schon gewinnen. Abgesehen davon würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo mit einer Aktivierung der Glocke freuen. Ansonsten würde ich sagen, reden wir jetzt gar nicht großartig drumherum, sondern springen direkt mal ins Video. Eine kleine Sache, die ich vorweg noch erwähnen wollte, Leute, es ist tatsächlich soweit. Es ist der 16.06. heute Abend ist der Hai-Plattform-Launch. Das heißt, Leute, die Advertising-Plattform geht online, die Investor-App geht online, die ersten Renditen werden in drei Monaten ausgeschüttet und ich wollte euch alle nur kurz darüber informieren, denn ich weiß, dass viele von meiner Community auch bei Hai investiert sind, genauso wie ich. Das heißt, Leute, ganz wichtig, loggt euch einfach bei eurem Dashboard ein. Ich tue euch auch nochmal den Link zum Dashboard, falls ihr jetzt noch gar nicht wisst, was heißt in die Videobeschreibung, aber das ist jetzt eher ein kleines Shoutout an die Leute, die bereits bei Hai investiert sind. Loggt euch einfach in euer Dashboard ein. Falls ihr jetzt noch nicht investiert habt, ich weiß nicht, der Token Sale geht nicht mehr lange, aber schaut euch einfach heute Abend den Launch an, dann wisst ihr sowieso, worum es geht. Ich will das hier dem Video gar nicht großartig erwähnen. 15% bekommt ihr noch Bonus auf die letzten paar Tage jetzt beim Token Sale. Der Link ist in der Videobeschreibung, aber wie gesagt, wenn ihr euch hier registriert oder eingeloggt habt, geht ihr einfach auf GoToWebsite hier oben und dann seht ihr auch schon, bald passiert was Großes. Am 16. Juni um 20.15 Uhr wird eben die Hai-Plattform gelauncht und dann geht ihr einfach heute Abend, ich werde mir das Ganze natürlich auch, also ich werde da auch sein, um 20.15 Uhr werde ich da auch natürlich am Start sein, geht ihr einfach auf, hier geht es zum Livestream und dann seht ihr auch schon, hier auf dieser Seite wird dann der Livestream sein, wo die Hai-Plattform vorgestellt wird, wo alles mögliche gezeigt wird. Wir haben ja jetzt bereits, bevor überhaupt die Plattform gelauncht wurde, in den paar Tagen, bevor die Plattform jetzt gelauncht wurde, auf den Screens, die bereits in Berlin stehen, wurde tatsächlich Werbekampagnen bereits in einer, in sechsstelliger Höhe gebucht, was sehr, sehr schön ist, denn das sind tatsächlich die ersten Renditen an die Leute, die dann die Investoren-App und sowas haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, bevor jetzt überhaupt die Plattform gelauncht wurde, bevor man eigentlich überhaupt Werbeanzeigen buchen konnte, wurde auf dem Netzwerk, was jetzt bereits in Berlin ja steht, mit Pounder-Displays wurden bereits sechsstellige Umsätze gebucht und ich glaube wirklich, dass das heute Abend richtig aufregend ist für jeden, der zumindest logischerweise bei Hai investiert ist, genauso wie ich. Also wie gesagt, 20.15 Uhr, ich wollte es euch nur allen sagen. Ich will jetzt aber gar nicht großartig drum herum reden, sondern wir wollen uns mit dem Bitcoin-Kurs beschäftigen. Und zwar sehen wir da relativ schnell, was ist gestern passiert, Leute. Wir haben da eine relativ interessante Preisentwicklung gesehen und zwar hatten wir ja hier diese zwei Fake-Outs. Also gestern haben wir ja tatsächlich hier einen Kursverlust gesehen, bis auf 8.800 Dollar runter. Interessanterweise, auf was für einen Kurs sind wir gefallen, Leute? Wir sind natürlich auf unseren ehemaligen Widerstand gefallen, den wir ja allein hier in der Vergangenheit zweimal bestätigt bekommen haben. Wir sind tatsächlich auf unseren ehemaligen Widerstand gefallen. Da habe ich sogar noch einen Kommentar unter dem letzten Video gesehen, wo jemand meinte, oh, die Linie, die du da hast, die ist falsch eingezeichnet, denn die beachtet gar nicht hier diese kleinen Wigs. Aber da muss man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein, Leute. Chart-Analyse, vor allen Dingen, wenn man Trendlinien zeichnet, müssen nicht immer perfekt jeden Kerzendocht mitnehmen. Ein Kerzendocht kann tatsächlich auch einmal einfach ausbrechen. Das nennt man dann eben Fake-Out. Sondern man kann auch tatsächlich eine Trendlinie einfach nur anhand immer der geschlossenen Kerzen ziehen. Und das ist in vielen Fällen sehr, sehr wichtig, damit man eben einen Overall-Blick hat. Denn viele Leute, das habe ich auch gesehen, haben tatsächlich nur diese andere Trendlinie gezeichnet, die zweite, die ich hier eingezeichnet habe. Viele haben tatsächlich nur die obere Trendlinie eingezeichnet, die hier diesen Docht, diesen Docht und diesen Docht berührt. Und das stimmt natürlich auch. Wir haben auf jeden Fall noch diesen letzten Trendwiderstand hier. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass wir trotzdem auch immer noch diesen Trend haben, der sich nur nach den Kerzenenden richtet und nicht nach den Kerzendochten. Und das war jetzt hier in dem Fall wieder wunderbar. Denn genau von diesem Kurs, von dieser Trendlinie sind wir tatsächlich gebounced. Haben es tatsächlich, und das war sehr wichtig, am selben Tag gestern wieder geschafft, in hier dieses wunderschöne Ascending, in dieses bullische Ascending Triangle reinzukommen. Und bis jetzt sieht es tatsächlich auch so aus. Wir hatten heute bis jetzt ein sehr, sehr bullisches Open. Das heißt, wir haben eine schöne Preisentwicklung bis jetzt heute hingelegt, sind schön vom Kurs wieder zugewachsen. Das heißt tatsächlich, obwohl so viele daran gezweifelt haben, dieses große Ascending Triangle ist still in play. Dieses Ascending Triangle gilt es immer noch zu beachten. Und dieses Ascending Triangle wird uns auch höchstwahrscheinlich immer noch dabei helfen, hier den letzten Trendwiderstand, hier den letzten Trendwiderstand nach oben zu durchbrechen, ein neues lokales High zu etablieren, damit tatsächlich kein Triple Top zu formen, sondern eben ein weiteres High zu formen und damit natürlich das erste Mal seit langer Zeit eine richtige bullische Marktstruktur zu etablieren. Das ist tatsächlich das, was wir die ganze Zeit sehen wollen. Und ich weiß auch gar nicht, warum tatsächlich so viele Leute mittlerweile vom Bitcoin-Kurs gelangweilt sind. Ich sehe das ja in den Kommentaren, an den Nachrichten, an den E-Mails, die ich bekomme, an den Views natürlich auch, dass ganz klar Leute momentan gelangweilt sind und auch zum Teil etwas gereizt sind. Es gibt wirklich Leute, die zum Teil etwas gereizt sind, weil sie die ganze Zeit dachten, jetzt kommt das Breakout, jetzt werde ich bald super reich und jetzt müssen sie doch noch ein bisschen warten. Da denke ich mir immer, ihr macht diesen großen Fehler, ihr wart wieder zu gierig, ihr habt gedacht, jetzt kommt bald in zwei Tagen das nächste Breakout. Und ich habe natürlich auch darauf gehofft und es haben auch Dinge darauf hingedeutet, dass wir dieses Breakout eben jetzt hier vielleicht schon letzte Woche gesehen haben. Aber ist nicht passiert. Ja, wir sind auch nicht irgendwie, wir können den Bitcoin-Kurs natürlich nicht manipulieren oder sowas. Da muss man ganz klar sagen, wenn man genau dann an diesem Punkt hier, kurz bevor es richtig losgeht und wir kommen jetzt, wie gesagt, auch noch hier gleich auf diesen Chart zu sprechen, kurz, wenn man die Nerven verliert, kurz bevor es richtig losgeht, na dann verpasst man wie in 2017, wie so viele Leute 2016, 2017 die ganzen Run-Up verpasst haben, werden sie auch diesen erneuten Run-Up verpassen. So wie die Leute gereizt und gelangweilt waren, als hier dieser Bitcoin-Dump passiert ist, dann haben die Leute den Einstiegspunkt bei 5.300, 6.400 Dollar auch wieder verpasst. Das heißt, Leute, ihr müsst wirklich, wenn es um sowas geht, langfristig sein. Ihr müsst ganz klar beachten, was ist Short-Term, was für ein Portfolio trade ich aktiv, was ist mein Short-Term-Portfolio, was ist mein Long-Term-Portfolio und was ist die generelle Aussicht. Und ihr dürft nicht, wenn es mal langweilig wird, den Markt verlassen. Denn, wenn ihr immer erst in den Markt wieder reinkommt, wenn es spannend wird, dann habt ihr die Action schon verpasst. Wenn ihr erst reinkommt, wenn der Dump passiert ist und Bitcoin sich wieder erholt hat, dann habt ihr die guten Einstiegspunkte verpasst. Wenn ihr den Markt verlasst, weil der Bitcoin hier so ein bisschen einen Top formt und es nicht wirklich spannend ist, wenn ihr dann den Markt verlasst, dann verpasst ihr das Breakout, dann verpasst ihr das Breakout, egal in welche Richtung, dann verpasst ihr es wieder. Und dann verpasst ihr entweder die billigen Einstiegspunkte wieder oder ihr verpasst dann einfach alles. Dann ist der Zug einfach abgefahren, dann verpasst ihr den nächsten Bullenmarkt und ihr werdet Bitcoin das nächste Mal bei 50.000 Dollar kaufen können. Und das ist halt wirklich das Ding, Leute. Ihr dürft in den langweiligen Marktphasen, diese Phasen nutzt jeder, und diese Marktphasen gibt es eben, weil sich jeder darauf, die großen Whales sich darauf vorbereiten, einfach aus dem Grund, weil sich in diesen langweiligen Marktphasen darauf vorbereitet wird, den nächsten großen Move, egal in welche Richtung, mitzunehmen und davon zu profitieren. Das heißt, ein Fehler, den halt viele machen, ist einfach, wenn es langweilig wird oder wenn sie das Gefühl haben, dass nicht das Breakout nach zwei Tagen kommt und sie nicht nach drei Tagen super reich sind, die verpassen dann eben das alles und die werden dann tatsächlich nicht reich im nächsten Bullenmarkt, weil sie ihn halt wieder verpasst haben. Das Einzige, was natürlich noch so ein bisschen über uns ist, ist der 20 Daily Moving Average. Der 20 Daily Moving Average ist natürlich ein sehr wichtiger Moving Average, zumindest, wenn es etwas mehr in die Short-Term-Preisentwicklung bei Bitcoin geht. Was wir natürlich da ganz klar sehen wollen, ist, dass Bitcoin ist jetzt hier auch im Ascending Triangle, schafft über den 20 Daily Moving Average zu kommen und den vielleicht als Support nutzt, um hier das Breakout aus diesem Ascending Triangle, was natürlich ein sehr bullisches Chart-Pattern immer noch ist, zu schaffen. Und man muss ganz klar sagen, Leute, Bitcoin respektiert diese Triangles schon immer, Leute. Also Triangles sind wirklich Chart-Pattern, die Bitcoin schon immer respektiert hat eigentlich. Also wir haben es selten gesehen, dass Bitcoin aus solchen Triangle-Pattern tatsächlich in die falsche Richtung ausgebrochen ist. Deshalb war ich ja auch die ganze Zeit so überzeugt davon, dass wir das tatsächlich trotzdem hier sehen werden. Also wir haben ja überall bei Bitcoin, das kennen wir aus der Vergangenheit, Leute, wir haben bei Bitcoin sehr, sehr viele solche Triangle-Pattern und in den meisten Fällen ist tatsächlich Bitcoin auch jedes Mal in die richtige Richtung ausgebaut. Das heißt, wir sehen es eigentlich sehr selten, dass Bitcoin in die falsche Richtung eines Descending oder eines Ascending Triangles ausbricht. Und hier haben wir ein Ascending Triangle. Wir haben natürlich ein Fake-Out nach oben bereits gesehen, wir haben ein Fake-Out nach unten gesehen, aber das haben wir auch hier schon gesehen. Ein Fake-Out nach unten, ein Fake-Out nach oben, das ist nichts Ungewöhnliches bei Bitcoin. Das liegt einfach in der volatilen Natur und da darf man dann nicht direkt die Nerven verlieren, nur weil ein kleines Break-Out kam. Ich persönlich habe hier eh keine großartigen Trades gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich hatte hier meine letzte Long-Position und dann hatte ich hier noch mal eine kleine Long-Position, wo sich der Kurs so ein bisschen erholt hat. Ansonsten habe ich hier bis jetzt noch keine großartigen Positionen eröffnet, einfach aus dem Grund, weil ich einfach aufs Break-Out warte. Ist ja ganz klar, warum soll ich hier jetzt die ganze Zeit hier so eine Fake-Out und sowas traden, wenn ich einfach aufs Break-Out warten kann und dann mit einer deutlich höheren Sicherheit oder zumindest mit einem Stop-Loss im Profit eine Position eröffnen kann. Ansonsten kommen wir jetzt hier noch auf den Chart zu sprechen. Ganz klarer Geschichte, was sehen wir hier? Die orangene Linie zeigt uns an, wie viele einzelne Entities, das heißt wie viele einzelne Adressen tatsächlich über 1000 Bitcoin besitzen. Das heißt über, also einen guten Millionenbetrag, einen guten Euro-Millionenbetrag in Bitcoin investiert haben, wie viele einzelne Adressen. Da sehen wir natürlich etwas sehr, sehr Interessantes. Ich kann das Ganze jetzt gar nicht so gescheit, wobei, wobei, können wir hier einfach mal, na egal, ich zeige es einfach hier mal mit der Maus. Da sehen wir natürlich eine sehr, sehr interessante Sache und zwar ist das, dass vor dem letzten Bullenmarkt wir ein enormes Rekordhoch hatten an Adressen, die über 1000 Bitcoin besessen haben. Ein enormes Rekordhoch von Adressen, die über 1000 Bitcoin besessen haben und dann haben wir natürlich den enormen Run-Up gesehen und tatsächlich ab dem Run-Up oder vor allen Dingen hier, also diese rote Linie ist so ein kleiner Indikator hier an der Stelle, vor allen Dingen hier haben wir dann natürlich angefangen, als Bitcoin auf 10.000, 20.000 Dollar hochgegangen ist, haben wir tatsächlich gesehen, dass ein enormer Abverkauf der Whales stattgefunden hat. Ja, also die Big Player haben tatsächlich hier, haben tatsächlich, warum, die, die haben bei 400 Dollar, ja, bei 400 Dollar haben extrem viele Whales, ja, über 1000 Bitcoin gehabt. Dann hatten wir diesen extremen Run-Up und der erste größere Abverkauf hat dann tatsächlich so in die Richtung von 800 Dollar gestartet. Das heißt, ungefähr als die Leute 100% Gewinn gemacht hatten, dann ging der nächste große Abverkauf los. Viele haben natürlich ihre Bitcoin noch behalten, ging immer weiter und dann haben wir wirklich ab, ab der, ab der Verzehnfachung des Geldes, ja, also ab der Verzehnfachung von den Leuten, die hier alle eingekauft haben, haben wir wirklich gesehen, dass die dann alle spätestens beim All-Time-High wirklich angefangen haben, wirklich alles abzuverkaufen und wir natürlich dann ein Rekordtief, ja, hatten von Leuten, die über 1000 Bitcoin besessen haben. Und was wir jetzt natürlich ganz klar sehen, die Leute kaufen wieder, ja, also wir sehen hier wirklich seit den 3300 Dollar, sehen wir ganz klar, dass Whales wieder anfangen. Es gibt immer mehr Leute wieder, die über 1000 Bitcoin haben, das heißt, einen guten Millionenbetrag in Bitcoin investiert haben und wir kommen jetzt genau in den Punkt der roten Linie und das letzte Mal, wo wir in den Punkt der roten Linie gekommen sind, hatten wir kurz danach, kurz nachdem, ja, diese Adressenstatistik, die rote Linie durchkreuzt hat, hatten wir einen fetten Bullrun und kurz nachdem diese rote Linie nach unten durchbrochen wurde, hatten wir einen fetten Bärenmarkt. Das heißt, ja, wir sind jetzt wirklich dabei, heute Morgen, übermorgen, in den laufenden 1-2 Wochen werden wir auf jeden Fall hier diese Linie auch nach oben wieder durchbrochen haben, was natürlich ganz klar anzeigt, die Wale, die Whales, die Aqualumieren, die Aqualumieren, genau, ich kann das Wort gar nicht mehr aussprechen, die Aqualumieren, gerade eine ganze Menge Bitcoin und das letzte Mal, wo das passiert ist, hatten wir danach einen enormen Run-up von über 1000%, das heißt, oder sogar über 4000%, das heißt, ganz klare Sache, auch ein Bullischer Indikator, den wir nebenbei noch so haben, abgesehen davon, dass der Chart ja doch einige gute, einige gute Preis, Preisentwicklung oder eine ganz gute Preisentwicklung in den letzten Tagen noch hingelegt hat. Naja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wie gesagt, vergesst nicht, ich verlinke euch den Link zum High-Dashboard in der Videobeschreibung, da könnt ihr natürlich ganz normal immer noch investieren, mit Ethereum oder Bitcoin könnt ihr direkt investieren, mit Euro oder US-Dollar müsst ihr erst einen KYC ausführen, das geht aber alles super einfach, ihr habt hier unten auch logischerweise im Zweifelsfall auf der High-Webseite immer den Support am Start, das heißt, wenn ihr hier irgendwie hingeht vor Investors, ja ihr könnt auf der High-Seite natürlich auch, also wenn ihr hier in eurem Dashboard seid, geht ihr einfach auf Go to Website, dann kommt ihr zur Webseite und dann könnt ihr hier einfach auf vor Investors gehen und dann seht ihr auch alles, wie funktioniert es überhaupt, was hat man davon, was ist der Revenue Share, was ist überhaupt ein STO, bla 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 und könnt euch auch im Zweifelsfall immer bei WhatsApp oder per E-Mail einen Call buchen, falls ihr irgendwelche Fragen habt und ja, auf jeden Fall wichtig aber an sich jetzt für alle, die bereits investiert sind, das ist eigentlich das, was ich heute im Video euch mit auf den Weg geben wollte, heute Abend, 20.15 Uhr, Livestream, Plattform-Launch, ja dann werdet ihr alles mal sehen, wie weit überhaupt alles schon ist und ihr werdet wahrscheinlich echt geflasht sein, was da in den letzten zwei Jahren alles so an Fortschritt gekommen ist und wie gesagt, ich bin sowieso relativ, relativ froh jetzt momentan, einfach aus dem Grund, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon, High hat jetzt schon, obwohl die Plattform erst in sechs Stunden online geht, in den letzten drei Tagen tatsächlich sechsstellige Umsätze, Umsatzbuchungen auf ihr Screen-Netzwerk bekommen und das Screen-Netzwerk ist momentan noch in Anführungszeichen ein winziger Bruchteil von dem, was geplant ist, ja, allein in Deutschland und deshalb denke ich mir halt so, sieht alles momentan sehr, sehr gut aus, ja, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel Point of No Return an irgendeinem Zeitpunkt, wo man wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist hier, entweder es wird was oder es wird nichts und ich bin wirklich froh, dass es sich jetzt über das letzte Jahr nochmal so entwickelt hat, ich bin ja jetzt schon seit fast zwei Jahren bei High dabei, das heißt, ich war ja an einem Punkt oder habe ja an einem Punkt investiert, wo das Ganze noch in Anführungszeichen fast nur eine Idee war, ja, das heißt, klar, die Leute, die vor einem Jahr oder sowas bereits dabei waren oder vor anderthalb, die haben natürlich deutlich bessere Tokenpreise und sowas bekommen, aber das ist natürlich auch klar, die hatten natürlich auch ein höheres Risiko, dass das Projekt zu dem Zeitpunkt noch fällt, jetzt sieht es natürlich echt ganz nice aus, das heißt, schaut euch auf jeden Fall heute Abend um 20.15 den Livestream an, ist glaube ich für jeden interessant. Naja Leute, ich würde sagen, wir losen noch schnell den Gewinner vom letzten Video aus, wie gesagt, 15%, wo ihr nochmal 15% mehr Bonus bekommt, also falls ihr nochmal investiert, den Link tue ich euch natürlich in die Videobeschreibung, aber davon profitiere ich tatsächlich jetzt nicht irgendwie großartig, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas von habe, ich muss natürlich trotzdem sagen, dass es mein Affiliate-Link ist, einfach aus dem Grund, weil ich bei High selber investiert bin, das heißt, wenn ihr investiert, hat High mehr Geld, kann mehr Screens aufbauen, kann das Projekt voranbringen, das heißt, ich profitiere als ein Early Investor natürlich auch davon, ja, ist ja ganz klar, das heißt, das muss ich natürlich trotzdem transparent mit euch halten, aber die 15%, die habe ich euch halt mit High organisiert, weil ich eben schon so früh dabei war und haben natürlich gesagt, okay, Mo hat uns immer auch ein bisschen unterstützt und für seine Zuschauer gibt es da auf jeden Fall einen kleinen Bonus. Naja Leute, ich würde sagen, let's go, wir losen hier den Gewinner schnell auf, auf geht's, wie viele Kommentare haben wir, wir haben insgesamt 787 Kommentare, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, schauen wir doch einfach mal, wer hier der glückliche Gewinner ist, es ist der Aggie Saxon, der schreibt, ich konnte, was, ich konnte vor der Korrektur noch, okay, der Kommentar ist irgendwie nicht ganz vollständig, aber ich denke mal, dass du meinst, du konntest vor der Korrektur noch verkaufen oder kaufen, ich weiß es nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dein Kommentar war da nicht vollständig, aber trotzdem, ich hoffe natürlich, du machst was aus deinen 50 Dollar in Bitcoin, die ich dir gerade gesendet habe. Naja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder oder in einem Update in der Telegram Gruppe, wir sehen uns auf jeden Fall, zumindest an alle, die bei High investiert sind, sehen wir uns heute Abend um 20.15 Uhr im Livestream. Bis dann, ciao, ciao.